Jitaka Sie haben einen einzigartigen Zugang zu den Wegen der Alpen. Vielleicht kann sie helfen, bevor es außer Kontrolle gerät. Komm zum Punkt. Wovon redet Jitaka? Es gibt kein Wasser. Wie meinst du das? Ich meine, dass die Wunde im Sand, von der das Überleben des Clans abhängt, ausgetrocknet ist. Diese Wasserquelle, Jitaka sagte, sie hinge mit den Alten zusammen? Soweit er weiß. Wenn wir Wasser schöpfen, füllt es sich wieder auf. Mit der Zeit. Seit ein paar Wochen nicht mehr. Ich befahl Rationierung und habe nach anderen Quellen gesucht. Aber alle im Umkreis sind verschmutzt. Warum die Geheimnistuerei? Die Leute im Dunkeln zu lassen, scheint es schlimmer zu machen. Wenn der Clan das wüsste, würde er meine Führung anzweifeln. Du machst dir bei einer Dürre Gedanken um deine Führung? Denk, was du willst. Bei den Maschinen, den Stürmen und allen anderen Problemen, bin ich der einzige Grund, warum der Clan noch besteht. Drakas Leute haben für das Wasser viel geopfert. Er denkt, du bunkerst es für dich selbst. Die perfekte Ausrede, um meine Führung anzuzweifeln. Das hat er immer gewollt. Natürlich will er sich gut darstellen. Er sagt, dass es ihm nur um die Durstigen geht. Aber in Wahrheit will er Kommandant werden. Und wenn er das wird, hätte er genau dasselbe Problem wie ich. Es gibt einfach nicht genug Wasser für alle. Ich kann nichts versprechen. Aber wenn die Wunde von den Alten gebaut wurde, kann ich vielleicht etwas tun. Und was genau willst du unternehmen? Zeig ihr einfach die Wunde, Yara. In Ordnung. Du kannst es mir sagen, wenn wir da sind. Nach dir. Zur Wunde im Sand geht es hier lang. Du bist keine Karja oder Ossera. Ich bin eine von den Nora. So aus Osten wie du aus Westen. Ich habe von eurem Volk gehört. Man sagt nur, die Verstoßene verlassen euer Land. Es gibt Ausnahmen. Was hat eine Ausnahme der Nora im Westen zu suchen? Ich möchte Leuten helfen. Auch denen, die keine Hilfe wollen. Klingt nach einem schwierigen Vorhaben. Da ist sie. Die Wunde im Sand. Sie wurde von den Alten errichtet. Der Fokus sollte mir mehr verraten. Na. Rohre? Sie führen aus der Siedlung hinaus. Was erkennst du? Eine Spur. Hier wirst du wohl nichts finden, um die Wunde zu reparieren. Was machst du da? Eure Wunde geht unter die Erde. Wir haben versucht, nach dort unten zu kommen. Aber es ist zu schmal. Geh in Ehemann. Dann warte ich hier. Geh in Ehemann. Na. Na. Geh. Tja. Wer ist zu? Hat sie keinen Respekt? Ist es die Wunde? Was erkennst du? Wo gehst du hin? Ich glaube, ich kann uns zur Quelle führen. Zur Ehemannung. Wie? Ist das wichtig? Wichtig ist nur, dass die Wunde funktioniert und mein Clan überlebt. Geh voraus. Maschinen. Wunderbar. Das Rohr führt durch den Berg. Wir müssen etwas klettern. Das kriegen wir hin, ganz sicher. Ganz schön viele Maschinen. Und ein sehr toter Soldat. Einer von euch? Ich muss ihn mir näher ansehen. Erst müssen wir uns um die Maschinen kümmern. Kommen wir nach. Ich sollte keine Maschinen versetzen. Oh, come on! Was ist das? Okay, Planänderung. Okay, Planänderung. Okay, Planänderung. Okay, Planänderung. Okay, Planänderung. Okay, Planänderung. Sehr gut! Okay, Planänderung. Okay, Planänderung. Okay, Planänderung. Okay. But again, Planänderung. Okay, Planänderung. Was ist das? 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 Was ist das Problem? Ich brauche meinen Fokus. Was ist das? 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 Was ist das?